Der allererste Beitrag von Uta. So hat sich der Blog dann bei Posterus entwickelt. Hilfreich ein Autorenregister. Ein Einzelbeitrag von Dörter, sehr ausführlich. Eusebia macht es kürzer. Sie ist eine Viehleserin. Ich stelle Johnny Häusler vor. Ein E-Book. Ein sehr schönes Video über ein Kinderbuch. Das Eselchen meint allen Ernstes, Papierbücher müsse man aufladen nach der Lektüre. Walter hat ein breites Interessengebiet. Ola Hahn, die Siegfried-Sage. Johanna hat für uns das Original von T.C. Boyle, World's End gelesen. Sita hat zwei Beiträge verfasst über japanische Krimis. Die Autorin Barbara Leisner hat zwei Bücher geschrieben. Zu Sophie Scholl konnte ich sie interviewen. Und aus Bertha Binz hat sie uns eine Passage vorgelesen. Firmin ist mir irgendwie ans Herz gewachsen, denn er ist eine Ratte, die Bücher liebt. Ah, Grete hat ihn vorgestellt. Mond Sieben und Jonathan Franzen. Hier haben wir das hundertste Buch erreicht und uns mit einem kleinen Video gefeiert. Noch ein paar optische Eindrücke, bunt gemischt. Ganz rechts hat Janis ein Buch vorgestellt. Hier in der Mitte, Horst. Ein Audio zu Gargoyle. Das in der Mitte hat Anne-Therese vorgestellt. Hier Kamm in der Mitte, Dorotie Sayers. Und Therese nochmal in der Mitte hier mit Wilhelm Busch. Das ist Jean-Ten. Und so sieht es jetzt aus, nach dem Umzug von Postros zu WordPress. Ein Einzelstück. Nach wie vor gibt es ein Autorenregister, verlinkt zu den einzelnen Beiträgen. In About haben wir uns nochmal hier mit Namen vorgestellt. Und hier die Frage, Lust mitzumachen. Einfach via E-Mail was schicken. Und zum Ende die Lizenz für dieses Video. Und hier mit dem Video. Vielen Dank.